Die oben genannten Steuergrößen, gesellschaftliche und rechtliche Normen und touristische Investitionen und Konsumausgaben wirken auf das System Tourismus ein. Im Teilbereich Sozioökonomisches System stehen die nachfrageseitigen Bedürfnisse und Interessen denen der einheimischen Bevölkerung, aber auch der konkreten Nachfrage nach touristischen Dienstleistungen gegenüber bzw. sie bedingen sich gegenseitig. Und diese wiederum beeinflussen das touristische Potenzial und die Ausstattung des Zielgebiets. Ausgehend von den genannten Steuergrößen aus den Teilbereichen Gesellschaft und Wirtschaft und den quantitativen Wechselwirkungen im sozioökonomischen Teilsystem, die sich auf Angebot und Nachfrage beziehen, bedingen diese Faktoren den Nutzungsgrad der Landschaft bzw. die Intensität und unter Umständen die Belastung des Naturhaushaltes bzw. des Teilbereiches Umwelt. Das war die T Vielen Dank.